Hallo, die Saison 2019 startet mit einer neuen Messe. Am letzten Wochenende haben wir die 4x4 Rhein-Waal besucht. Sicher werden hier auch in kürzester Zeit einige Filmchen zu der Messe auftauchen. Das Explorer Magazin hat bereits einen Film veröffentlicht, den ich euch dann hier auch verlinke. Wir wollen einfach nur mal ein paar persönliche Eindrücke der Messe zeigen. Für das erste Mal finde ich den Messeauftritt schon ganz gelungen. Insgesamt würde ich sagen, wer im Umkreis von 100 bis 200 Kilometern wohnt, für den ist sie auf jeden Fall einen Besuch wert. Das Gelände ist ideal für so eine Messe geeignet. Ein großes Außengelände ist vorhanden, Parkmöglichkeiten, auch von der Hallenkapazität denke ich, geht da noch einiges. Insgesamt möchte ich auf jeden Fall die Empfehlung aussprechen, im kommenden Jahr die Messe einmal zu besuchen. Vorzelte, Markisen, Sonnensegel zum Verspannen kommen. Genauso. Das fängt heute an im Jagdbereich bei der Wildbärkung. Der Jäger, wenn er heute das Bambi geschossen hat, hat er will das aus dem Unterholz rausziehen. So, dass du die Schlaufe stellst, so bleibt es. Es gibt keine Akkürme. Wenn du jetzt den Ragnus verringern möchtest, wenn du halt einmal etwas bündeln willst, vielleicht einfach einmal nur im Garten einen Schlauch zusammenspannen, damit ich die drunter ausholzen kann, dann wird das kurze Stück. Dafür selber bleibt immer konstant. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020